www.tatschle-tatschle-pizza Wer gut Tatschle kann gut backen Schau am Randchen an Kannst du sogar noch mehr Es muss darum eine maximale Pizza Margherita geben Kannst Tomaten wie du gerade willst Her pfledern mit einer Pflatsch Weiche Pflatsch Besonders gut Kannst auch Pelotiner Es muss darum eine maximale Superfeine Pizza Margherita Hoppla Litz die Arme lue Und stell am Ofen die Hitze ab Bis er warm ist Klopft mir den Teig für unsere Pizza Kräutli hacken, Ölen schneiden So eine Pizza mag es verleiden Brüeli ist vom Zwiebensaft Macht nichts, nimm noch etwas mehr Es muss darum eine maximale Superfeine Oberwahnsinns Oberwahnsinns Pizza Margherita geben So eine Pizza wird erst gefreut Wenn ein Käse drauf anstreut Nimm noch zwei Hanfeln voll Kannst auch hier rein Es muss darum eine maximale Superfeine Oberwahnsinns Sagenhafte Pizza Margherita Girl Hoppla Litz die Arme uhr Und stell am Ofen die Hitze ab Bis er warm ist Klopft mir den Teig für unsere Pizza Schinkenstreifli zum Garnieren Rügeli machen zum Verzieren Basilikum Oregano Kannst auch beides nehmen Es muss darum eine maximale Superfeine Oberwahnsinns Sagenhafte Mega geile Mit Pizza Margherita Backen Mh So Jetzt wird die Pizza Backen Geschwind in Hauf So Aufmachen Mh 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 So eine feine Pizza Mh